. 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 Ihren Namen bitte. Benny Thurnherr. Schrezen Sie keinen Blödsinn. Ihren richtigen Namen? Johann Wolfgang von Goethe. Sehen Sie, es geht ja. Excusi. In meiner Suppe liegt ein Hörgerät. Was haben Sie gesagt? Wenn wir verheiratet sind, teile ich alle Sorgen mit dir. Das ist von dir lieb. Aber ich habe gar keine Sorgen. Wir sind ja auch noch nicht verheiratet. Du schreibt mir Gewehr mit E oder Ä. Schreib doch Flinte, das schreibt man mit V wie Philosophie. Ich will sofort mit dem Herrn Direktor sprechen. Es tut mir leid, der ist nicht da. Was? Ich habe ihn ja gerade vorhin noch gesehen. Ja, das kann sein, aber er hat sie zuerst gesehen. Was das ist? Hast du wiederholt? Woher geht es jetzt? Zu dir oder zu mir? Oh je, wenn das schon so kompliziert anfängt, dann lassen wir es lieber bleiben. Woher gehen Sie? Zu einem Vortrag über die schädlichen Auswirkungen von Alkohol. Ah ja, am Sonntag? Und behaltet den Vortrag? Meine Frau. Was ist denn auch los? Ist etwas nicht gut? Seit zwei Wochen ist meine Frau verschwunden. Dabei wollte sie nur schnell Zigaretten holen. Das ist doch nicht so schlimm. Nicht von meinen. Die zwei dorthin machen aber einen glücklichen Eindruck. Sind sie auch verheiratet? Ja, er in Basel und sie in Bern. Sorry, schön, dass du endlich zurück bist. Gibt es etwas Neues? Ja, Schatz. Unser zweite Wagen ist ab heute unser erste Wagen. Ich habe einen Kollegen, der hat schon in sämtlichen Casinos der Welt gespielt und hat noch nie verloren. Was hat er denn gespielt? Klavier. Und, wie geht es so zu Hause? Nicht gut. Ich habe das Gefühl, meine Frau betrügt mich. Ist nicht wahr. Seit wann? Seit wir von Schaffhausen in Tessin runtergezogen sind. Wie kommst du darauf? Wir haben immer noch denselben Briefträger. Hallo, Entschuldigung. Darf ich etwas bestellen? Sehr gerne, die Damen. Unsere Spezialitäten sind Schnecken. Ich weiss. Vor einer Stunde haben wir schon einmal einen Tag gefragt, was ich hineinkommen will. Gell, du Schatz? Du hättest dir in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen, dass ich mal Direktor werde. Ja, das stimmt. In meinen wildesten Träumen kommst du nämlich gar nicht vor. Auch.